Jo, einen schönen guten Tag. Hier ist mal wieder ein Nessi. Ich muss mal kurz in mein Lager gehen. Nunu? Du? Ich brauche die roten Blumen. Weg muss reichen. Ja. Ich muss... Wolle? Oh, ich mache das bisschen. Halt! Ich muss wieder roten. Ich muss eine Schere holen. Und die ist in meinem Lager drin. Stimmt dir. Ich brauche ja eine Schere. Oh, die Leine müssen töten. Oh, die Leine müssen töten. Oh, die Leine müssen töten. Oh, die Leine müssen füttern. Komm her. Nö, ich brauche keine Maschinen. Ich brauche mir das Kranier eingefallen. Ich wollte kein Bein nehmen. Oh, besser dann. Ich brauche ja nur eine Schere. Es wird leider wieder im Moment wieder unten unten ein Sparzeitbild sein. Sparzer Arm. Das Aufnahmeprogramm will einfach ja nicht wie das will. Und... Ja, tut mir leid. Aber ist leider so. So, weiße Wolle habe ich schon. Zwei Stücke. Rechnen wir uns aus. Wachsack ist zu. Äh, nämlich diese hier. Ja, orange, gelb und... äh, weiß. gelbe und orange Farbe schon. Jo, jetzt geht er zurück. Jetzt muss ich denn... ...zu meine Schafe... Hallo? Ich kann ja noch hier nach oben gehen. Fällt mir jetzt gerade ein. Dann muss ich noch Glas färben. Ich mach erstmal Glas. Genau, ich mach erstmal Glas. Rote Glas und gelbe Glas mag da rein. Genau. Fällt mir jetzt gerade ein. So. Helles... Helles grün. Hab ich schon mal gemacht. Hab ich mal gefunden. Hier ist das gelbe Glas. Grünes Glas, gelbes gelbe Glas und grotes Glas. Und grotes Glas. Ich muss jetzt mal was machen. Genau. Das kann ich ja wirklich schmeißen. Das kann ich eigentlich erstmal hier reinmachen. Und das hier auch. So. Ich brauche noch ein bisschen Platz. Ach so. Ja. Ich muss ja erstmal. Mal gucken, wie viel das Glas auskriegen tun. Bleibt ja alles jetzt selber. Ist sehr schön. Ja. Wir haben jetzt erstmal allein einen Block vergleicht. gut. Ach. Guckt doch hier rein. Gut. Rotet Glas. So. Und jetzt magst du nicht den Schein. Okay. 60 Stück. so. Reicht das mal? Oder wie reicht nicht? Das reicht überhaupt nicht. Oh, das muss jetzt reichen. Ja, das reicht. Juhu. Gehen wir mal. Was ist denn? Oh, ich sitze da oben hin zu. Äh, ist Quads. Das weiß er voller. Ist er Teppich? Den habe ich schon mal ein bisschen vor. Ich habe aber noch was übrig gehabt. Manchmal hätte ich ihn hier rein. Äh, leider brauche ich jetzt mal auch nicht. Die kann jetzt mal auch da rein. Erde, ja. Ja, da habe ich mich hinten noch. Akazien. Aber ich werde jetzt Eichenholztreppen machen, dann braucht es noch Schilder. Ja. Ich mag ihn wieder heiß. Juhu. Alles habe ich noch. Äh, Akazien. Oh, ich mag die doch Akazien. Die Eiche sieht besser aus, genau. Jut. Gold. Erde, Erde. Der Einer. Der Einer. Ah, der Einer. Ach, toll. So, hat sich jetzt den Steckerweg rausgekriegt. Gut. Gut. Dann kommt es näher bei Treppen. Gut. Dann kommt es näher bei Treppen. Gut. Dann kommt es näher bei Treppen raus. Okay. Hier wird meine Tarpinger lassen. Dann kommt es näher bei Treppen raus. So, ordnen sie auf, weil jetzt... Schatz. Aber hier wird auch nicht mehr. Ich muss ja... Moment. So, gelbes Glas. Und dann kommt es mal wieder rein. Ja, eigentlich... Moment. Moment. Ja, vier Stück. Hab ich. Ja, eigentlich... So. Okay. So. Ich brauche hier ein Stück. Hier brauche ich ja nicht. So. 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 Oh. So. So. Okay. So. So. Jetzt mal die ganzen Glase rein. Toll. Ach, ich hab mir noch ein paar. Oh, ich bleib gerade ein bisschen Spargelbush. Gut. Juuu. Äh. So. Jetzt kommt der Glas wieder zurück. Wollt er weiter wollen? Ich kann erstmal auch hier rein. Jetzt kommt der Glas auf. Und blaue Glas, das machen fällt. Achja, dann würde ich einmal... ... 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 Jetzt kommt die Klaas. Mute. Okay, hier we go. Ich brauche, dass ich hier ein paar Klaas verwende. Hier gibt es ein paar Klaas. Aber Klaas kann man ja nicht mehr Klaas. Gut. Hier hin. Gut. Machen wir auch unsere Klaaschein jetzt. Machen wir alle. Ja, das ist weg. Da teilen wir ab. Mal mehr zu üblich. Einmal Platz. So. Wir gehen. Wir machen wir hier hin. Gut. Im Moment müssen wir wieder palmen. Lachen wir auch wieder los, wenn die Musik losgehen. Und... Brotop. Brotop. Und orange a tena. Nude. Okay. Wir werden hier hin. Helles Klaas. Los geht los. So. Okay. Das reicht. So. So. Jetzt fertig. Endlich. Geschafft. Endlich draußen. Ich habe gedacht, ich bin jetzt gar nicht mehr fertig. Es kann sein, dass ich mir welche brauchen tue. Aber ich glaube es nicht mehr. Habe ich eigentlich Erde noch? Ach, Erde hat alles leck gepackt. Ach, Mann. Hallo. Ich brauche schon Erde. Ich entscheide mich mit dem Glas. Und jetzt. Mit einer Wolle. Rote Wolle machen. Toll. Erde. Erde bräuchte. Jetzt kommen wir gar nicht an die Sachen mehr rein. Hey, hallo. 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 Jut. Okay. So. Glas hat gefärbt. Mal gucken, wie ich das machen tue. Mal gucken. Bisschen bunt wird das jetzt hier. Voila. Ich rufe's doch. Bisschen. Na toll. Jut. Na super. Ich rufe's doch. Äh ja, sch Gut. Gut. Okay. Das ist eine letzte Klasse. Sek. Sek. So. 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 Hier geht man. Mist. Ich hab' das vergessen. Kein. So. 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 Die sieht jetzt besser aus. Jawoll. So. Das bleibt so. Jetzt muss ich überlegen die da machen. Toll. Das ist auch gelbe Glas. Was hab' ich denn eigentlich noch? Hellblaue. Hellgrüne. 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 Hellglas. Hellglas. Jut. Kann man nun da rein. Und und. Oh, das Glas. Ja, das. Es geht schon mal. Hallo? Aller. Auverschämtler. Jut. Und wir werden wir jetzt nicht trauen. Ich muss da rein. Wir werden nur noch ein Bädchen auf dem Tisch geschenkt. So. Und wir werden das nicht mehr leben. Oma. Wenn ein Bädchen ist, und wir werden uns dem Platz nichts mehr tun. Mit dem Schaum nochmal tun. Platz. Ah, nam 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 nam. Jo. So. Hallo? Ja, das las ich so. Das war jetzt schon wieder nicht gut. Und jetzt Mike Amazon. Rotes Queenies. So, jetzt geht die Queenies. Jetzt geht die Kingkreuz mehr hin. So. So. Jetzt kommt der Queenies. Jetzt kommt noch Rotet Glass. So. Voila. So. Jetzt sieht nichts aus. Nee. Rotet Fenster mag ich immer. So. Jetzt kommt noch Rotet Fenster. Schade. Schade mit Glas. Gut. und ich kann auch die Klaas jetzt machen. Jawohl, jetzt wird es besser aus. Und hier hat er ein bisschen länger gedauert, ganz so fern. So, 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 ok, gleich fertig, neutral. Gut, Leute. Dann mag ich erstmal Schluss für heute. ok ok leute dann machen wir jetzt Schluss und bis zum nächsten mal ok tschau tschau bis zum nächsten mal tschau und bis mit v